Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Grießauflauf. Der Grießauflauf ist eine leckere Haupt- bzw. Nachspeise und ist bei Kindern sehr beliebt. Das Rezept ist berechnet für 4 Personen als Hauptspeise und für 8 Personen als Nachspeise. Für 4 bis 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Grießbrei 200 Gramm Grieß 50 Gramm Butter 1 Liter Vollmilch MSP Zitronenabrieb Prise Meersalz oder Salz Auflauf 70 Gramm Zucker Packung Vanillezucker Päckcheninhalt 8 Gramm Zucker 3 bis 4 Eier Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Ovale Auflaufform Küchenpapier Schüssel Schneebesen Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel Küchenwaage Messbecher Backgitter Zubereitung Vorbereitung Vorbereitung Alle erforderlichen Zutaten genau abwiegen und bereitstellen. Das Backgitter auf die untere Schiene geben. Grießbrei Milch, Grieß, Butter, Salz und Zitronenabrieb in einem Topf zum Kochen bringen und den Grieß unter Rühren einstreuen. Mehrmals aufblubbern und eine Stunde auskühlen lassen. Auflauf Das Backrohr auf 170 Grad Celsius vorheizen. Die Eier trennen. Das Eiweiß zu einem festen Eischnee schlagen. Die Eigelb, den Zucker und dem Vanillezucker mit Hilfe einer Küchenmaschine schaumig rühren. Den Grießbrei unterrühren. Zuletzt den Eischnee unter die Auflaufmasse heben, siehe Eiweiß unterheben. Die Auflaufmasse in eine Form geben und im heißen Ofen 35 bis 45 Minuten backen lassen. Zubereitung Der Grießbrei Punkt Das Eigelb mit dem Zucker schaumig schlagen. Punkt Der feste Eischnee. Punkt Der Auflauf vor dem Backen. Punkt Der Auflauf nach dem Backen. Als Beilagen eignen sich Vanillesoße, leckere Kompotte, eingelegte Kirschen- oder Himbeersoße, Zucker und Zimt. Diese Varianten gibt es. Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020